so forschen müsste ich eigentlich auch weiter du forderst weiter steine ein ich habe noch keine steine im system richtig aber ich hätte gerne hier jetzt ein paar ziegel demnächst damit ich wo das ist ein ziegel oder einer ernsthaft fordermal ziegel an falls noch irgendwo irgendwelche sind da weil ich schmerzüfen bauen wollte hatte ich jetzt noch irgendwo steinlager ich glaube nicht okay beschränken fangen wir hier an du brauchst kein stahl du brauchst stahl schränken schränken und vor das auch viel zu viel an weil wie viel brauchst du für ein fünf ja dann dreh das mal runter auf 10 rechts rechts links so wir brauchen noch stahl die ganzen truhen hier du bist schon fertig du bist schon fertig du bist schon fertig wow das war teuer bestimmt du bist nicht fertig du kannst du beschränkt werden du kannst auch beschränkt werden eigentlich kann ich die mal einfach ausknipsen ja ich kappe mal die stahlverbrauchssache hier komplett weil dadurch dass keine stark ist mehr hergestellt werden wird der ganze rest auch nicht mehr hergestellt und dann passt das außer rote chips rote chips brauchen auch direkt stahl ne braucht sie nicht das ist gut okay also ich denke die kisten werden schon ein großes problem gewesen sein sky net ein anderes aber das ist behoben ja die brauchen stahl ich weiß schränk ich kann auch mal welche mit aber das könnte jetzt schon geholfen haben okay dann problem nummer drei was sieht komisch aus problem hat ich wollte stein das heißt ich wusste jetzt mal nach draußen nachdem ich ich würde es nach draußen wohl stein da waren lager plan war das ja mit bieten aber ich denke das kann ich auch knicken ja auch auf stahl und ich habe keine lust wieder runter zu laufen also ich gehe einfach nach oben nach da mache ich hier unterwegs das komplett hier mit und dann passt das ist das soweit richtig oder überlappt das soweit richtig und die mauer um den neuen setzen haben die roboter die construction post was zu tun dann macht doch mal bitte das hier warum frei einfach nur um an holz zu kommen dass wir nicht wirklich brauchen und die sicht frei zu halten wollen sie bestimmt immer ein fehlerein oder sehen und temporär ist okay so zack zack keine mitte noch so licht türme muss ich gucken ob ich dort hinsetze vorerst einfach nur so 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 und das ganze müsste ich eigentlich auf fließblendern nach hause bringen ist allerdings unpraktisch deswegen hat das vorerst so einfach nur stein mitnehmen das mache ich dann von hand wenn mein inventar ausgemistet ist und das passt hoffentlich ein bisschen kleinkram abzuschrecken glaube ich hier mal jeweils ein bisschen was weinen ein snyperturm snyperturm mit jeweils ein paar schuss echt nur ein paar schuss aber es könnte helfen vielleicht ein bisschen zumindest da geht es wieder runter und ich hole nach schub also sowohl was munition angeht als auch was türme geht eigentlich trotzdem da und da auch noch mal ein so und vielleicht auch steinmauern wenn ich irgendwo hier rumliegen sehe so und steine wollte ich auch direkt mitnehmen blub blub so 108 stück nicht grad viel aber nur am anfang kleine schneise hier reinhauen damit die schnell durchkommen beim nächsten und übernächsten mal die jungs sind fleißig sehr schön habe ich noch gates dabei ne müsst ihr auch mal wieder bauen so muni wollte ich haben für beide arten von türmen ja ein bisschen war das dann inventar ausmisten und das stein wegschmeißen können wir beides hier machen also weg 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 stein ist jetzt im system und sollte zu der schmelze geflogen werden wo ziegel ausgemacht werden weg 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 erstmal einlagern ja für blocks kann auch weg sollte jetzt okay sein gut ich hätte noch ganz gerne mauren 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 falls du auf welchem system hast 50 stück würden fast reichen liegen bestimmt irgendwo direkt neben mir, aber ich sehe es halt auf den ersten Blick so nicht. Das klingt nicht schlecht hier. Bam, bam, bam. Alles tot. Meine Pumpe wurde zerstört. Hier, ich sehe dich. Alles tot, ja. Und Pumpe wurde sofort ersetzt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Als wenn nichts gewesen wäre. Übrigens ist hier auch gerade nichts gewesen, denn es kommen keine Fuel-Blocks mehr an. Ja, das heißt, die Kiste ist jetzt seit 10, 15 Folgen gelaufen. Und tut es jetzt nicht mehr. Das heißt, das hier müsste theoretisch alles wegstromen. Akkus sind voll. Produktion ist gut. Sollte über Nacht also immer halten. Ja, dann mach das hier bitte weg. Einmal komplett weg. Einmal komplett weg. Das ganze alte Gedöns da auch weg. Und die Wasserstoffgeschichte, hier baue ich bald auch um. Aber alles schön seit zur Zeit. Jetzt erstmal nach oben wieder huschen, bevor ich es vergesse. unseren Mini-Stein-Außenposten da sichern. Hab ich Mauern bekommen? Ja, hab ich. Und Ziegel. Dankeschön. Allerdings nicht genug, um währenddessen noch Furnace zu bauen, denn es fehlt Stahl dafür. Das heißt, ich umfunktioniere einfach gleich ein paar von den Eisenschmelzen zu Stahlschmelzen, oder sonst komme ich ja nie dazu. Das war die richtige Art von Muni, ne? Ja. Du. So. So, du bist falsch. Du bist richtig. Hab ich noch mehr Sniper-Türmer? Nö. Also die schön voll ballern mit der Munition. Und so. Und dann so ein paar Felder Abstand. Stop. Stop. Ah, das ist ein bisschen zu viel. So. Hat jetzt eine dezente Sicherheitslücke, aber fürs Erste könnte es den haben. Nimm mit, nimm mit. Oh ja, das sieht gut aus. Schön, 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 schön. Ja. Ist okay. Wieder runter, wieder Stein abliefern. Wieder Ziegel bekommen. Gucken, ob noch irgendwelche Reste an Stahl da sind. Sonst Stahl herstellen. Mit dem Stahl mehr Schmelzen machen. Und mit den Schmelzen mehr Stahl machen. Um mehr Schmelzen zu machen. Um mehr Stahl zu machen. Oh, Ziegel kommen geflogen. Tang, 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 tang. Gut. Mauern auch. Ja. Danke, danke, danke. Könnte man einfach direkt hier. Nein, egal. So, du. Genau, du bist fürs Ziegel einschmelzen. Oh, warte, dann kann ich ja hier den Stein direkt hinschmeißen. Da, bitteschön. So. Fleißig am Strom generieren, das ist super. Kupfer sieht hier so weit auch okay aus, außer dass ein Grinder fehlt. Was sagen die Vorräte? 3.300 Kupfer. Eisen ist auf 8.000 Runde. Das ist ja auch klar. Ich produziere gerade mal und da nichts für System. Das geht ja alles nur oben in diese kleine Mini-Lava-Lampe. Das war's. Ja, ich nehme jetzt mal die hier unten weg. Und stehe jetzt hier einfach oben drauf. So, ne? Ja. Das passt. Also die Jardaschen sind hier im Weg. Die muss ich mal umstellen dann. Einfach hier auf der Seite. Und das ist besser. So. Stahl wird produziert. Stahl kann ich mir auch gleich mobsen. Um daraus. Ne, immer noch nicht genug. Um daraus. Ganz schön. Ja, Schmelzöpfe zu machen. Sehr schön. Es wurde übrigens richtig angemerkt, dass ich eventuell nicht so viel mit den Modulen arbeiten sollte. Also mit den Speedmodulen. Sondern einfach mehr Grundgebäude bau. Also anstatt, dass ich jetzt 5 Schmelze nehme und das Speedmodule reinhaut, ist ich dann einfach 10 Schmelzen bau. Das sollte von dem... Von der Ratio Strom und Endprodukt besser hier sein. Verbraucht halt noch mehr Platz. Aber Platz ist ja momentan eigentlich genug da, ne? So, gut. Da, da. Go. Ja, warten wir. Stahl kommt. Ist okay. Hier unten das Eisen mal anschließen. Wobei, könnte ich das irgendwie machen, dass... Ja, kann ich. Ich mach das Fließband jetzt andersrum. So. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, was ich vorhabe. Lass das hier runter gehen. Ja, die müssen dann wahrscheinlich später doch weiter nach oben. Und ich bin mir ebenfalls bewusst, dass jetzt ein Mischmasch aus Gelb und Rot ist. Aber das ist besser als nichts. Vorerst zumindest. Und hier müssen dann irgendwo noch Kisten hin, die das Eisen wegschnappen. Ja, ich brauche große Kisten. Gibt es große Kisten in Vanilla Factorio oder in Hardcoreio? Oh, nee, ne? Ah, ich vermisse Ditek. Ich vermisse Ditek so doll. Äh, ja. Ich will mit dem Splitter arbeiten. Das ist kein Splitter. Geh oben an. Bau ein Splitter. Und zwar... Bau ihn hier. Das heißt, er lagert es so lange ein. Ganz komplett ein. Bis hier Eisen gebraucht wird. Sobald hier Eisen gebraucht wird, wird es 50-50 verteilt. Das heißt, er sollte eigentlich nicht so wirklich zu Problemen kommen. Richtig? Ich denke schon. Okay. Dann bitte so weitermachen. Schum, 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 schum. Gut, 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 gut. Kommt ja alles ins Laufen. Das muss dann alles ersetzt werden durch rote Sachen. Komplett alles. Alles rot. Ah, schaut gut aus. Das schaut sehr gut aus, ja. Hier sind allerdings nirgends wo Lücken. Wo ich das reintun könnte. Ist also ein Denkfehler meinerseits. Ich könnte mal jetzt eine... Ne. So klappt's. Ich muss nur den ganzen Tag hier stehen bleiben. Und regeln, bis ich da was reinschmeißen. Ja, ne. Also das kommt auch noch auf die Liste von Dingen, die umgebaut werden müssen. Habe ich inzwischen... Oh, 17. 21. 21. Boah, 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 boah. Ich habe Stahl, Jungs. Bau Electric Furnace. Für mehr Stahl. Und dann auch wieder mehr Eisen schmelzen. Ich mache es wahrscheinlich sogar noch länger. Das ist ja nicht wirklich begrenzt, ne. Ja, nach links kann ich es immer weiter weiter in die ganze Strecke, wenn es sein muss. Auch wenn wir irgendwann nicht genug Eisen reinbekommen und gar nicht auch so viel Eisen brauchen. Vorerst zumindest. Aber ich könnte. Das ist schön. So, Baum. Da haben wir welche davon. Da haben wir welche davon. Miep, miep. Zip, zip. Strom. Da, 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 da. Hier nehme ich einfach gleich, wenn das Blueprint ist, geht ein Tacken schneller. So. Mach Dinge. Noch ein, da, von. Blub. Blub. Schön. Was fehlt jetzt für rote? Gar nichts. Nur Arbeitskraft. Das heißt, ich kann hier... Genau das Ding, das unterirdische Ding. Fast Underground Bait. Zwei Stück. Runter. Hoch. Und das hier setzen. Nein.